R-E-W-R-M-S-I-D-E BUSHIA, Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Runde von Fortnite. Ähm, ganz kurz, wir haben uns eben eingespielt natürlich. Ähm, und generell, was an lustigen Momenten vorher passiert, das seht ihr jetzt. BUSHIA, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Fortnite. Ich kann mal einfach reden, der macht gerade so eine Ansage. Hä, bitte? Hallo? Mensch, Alter, geile Zeit. Stegi, erstmal Fortnite mit mir zusammen. Okay. Stegi? Stegi? Okay, Freddy. Hi, Freddy. Ja, genau. Ja, geil. Wir spielen heute gemeinsam eine Runde Fortnite. Und Stegi redet gerade mit irgendwelchen Leuten. Stegi, Mann, hör mal auf damit jetzt. Ich bin jetzt aber in der Heimstunde nicht fertig. Stegi? 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 Okay. Ciao, Mama. Nicht über dem Hügel landen. Ganz wichtig, ich bin über dem Hügel gelandet. Extrem schlecht. Oh, ich höre eine Kiste. Stegi, weißt du, dass man die Kisten hier immer holen muss? Ja. Eine Kiste ist das Wertvollste, ne? Machine Gun! Hast du die Minigun? Freddy, gib mir das bitte. Juhu! Yeah! Geil, Alter. Auf geht's, Leute. Erstmal looten. Ganz wichtig jetzt, ne? Lol, lol, lol. Das war ein Gegner. Oh mein Gott. Dropp die Minigun. Ich kann die nicht droppen. Ich habe gar nicht gedacht, dass das ein Gegner gewesen ist. Warte ganz kurz, warte ganz kurz. Was machst du das? Stegi, du kleiner Victor, das ist meine Minigun. Gib mir den... Alter, hast du den Saft getrunken? Du bist so ein Victor. Ja, das war so. Ich mach jetzt hier ein Auto kaputt. Ey, Jungs, Stegi, richtig angepisst. Ich mach jetzt einfach ein Auto kaputt. Ja, Jungs, wir haben ja alles gelootet, ne? Ne, unten ist doch noch voll viel. Oh, lol. Wusstest du das, Freddy? Guck mal. Ja, klar. Echt jetzt? Was denn? Dass man auf Reifen springt? Ne, auf Hydranten. Hydranten? Ja. Das wusste ich nicht. Alter, geil. Diesen Fortnite-Trick kennt ihr noch nicht. Fettes Clickbait. Direkt voll retard, Alter. Vor uns baut sich jemand, vor uns baut sich jemand. Oh, auf dem Berg rechts oben. Auf dem Berg rechts oben. Ja, sag ich ja. Da oben sind die. Ja und ja? Ja, nice. Ah, ich habe ein Kopfschluss bekommen von der Sniper. Jungs. Ja, warte, komm, 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 krieg rein. Stegi hat Bandagen. Ja, Stegi ist damit aufgehauen. Ja, von hinten. Ja, ich habe die. Wurscht echt jetzt? Probier jetzt die Minigun aus. Stop, ding. Ah! Ist noch höher. Ich würde auf jeden Fall nehmen. Ja, Mensch. Das kann man ja schon gar nicht mehr reinnehmen. Dann lassen wir das einfach weg, die Runde, oder? Ja. Die Ereignisse haben sich komplett wieder überschlagen. Mit dabei ist heute der liebe Stegi. Und heute mit einem Double Upload. Und heute mit einem Double Upload mit dabei, der liebe Sturmwaffe. Ja, ist noch. Alter, immer, was? Immer noch? Auf geht's. Drei, zwei, eins und raus. Warum jetzt schon? Das war viel zu früh. Das war viel zu früh? Das war viel zu früh. Nein. Auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Ich komme nicht mal ansatzweise dahin. Freddy, warte ab, warte ab. Also, ich bin jetzt gleich unten, ne? Ja, ich auch. Also, drei, zwei, eins. Alter, du bist aber ganz woanders gelandet, Bruder. Ja, weil wir so früh raus sind. Ja, wir hätten es aber noch geschafft, Amenakolm. Aber du bist doch genau da, wo ich bin. Ja, weil ich zurückgeflogen bin, du Arschloch. Warum bist du jetzt zurückgeflogen? Ich hätte es auch alleine geschafft. Ja, nein, hätte ich nicht, Alter. Weil ich ein Teamplayer bin. Das ist schein. Ich habe es ja geschafft, ne? Ich habe eine Kiste. Ich bin alleine jetzt einfach da. Ich habe eine Kiste. Komm, wir gehen zu Stegi. Wir retten Stegi. Stegi, warum bist du denn noch in der Luft? Jetzt lande ich in dem Moment. Wir sind alle drei richtig schlecht. Freddy auch, du. Guck mal, meine geilen Skins. Guck mal, meine Skins, wie gut ich bin. Stegi ist dauernd. Stegi? Stegi, 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 äh, Stegi, was, also, Bruder, äh. Guck mal, da ist einer auf dem Platz. Ja, ist der schon tot? Was? Über dir, über dir. Direkt hinter dir, Freddy. Stegi? Stegi? Die sind gleich tot? Das ist genauso verbag orientiert, wie bei PUBG. Ja, Baby. Verreckt. Oh, yes. Nummer eins ist tot. Nice. Junge. Wieso verreckt der nicht? Das macht dir. Nein! Nein! Der war so low, Junge. Er war so low. Er war so low, Alter. Er war so low. Außerdem hat er Rüstung gehabt, Freddy. Ich hab ihn gut getroffen. Du hättest ihn genauso gut hinten. Er hatte nur noch 50 Leben. Er hatte 100% Rüstung. Freddy hat ihm keinen einzigen Hit gezogen. Doch, klar. Nee, 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 nee. Neue Runde! Wir gehen jetzt mal tiltet, Alter. Schön auf die Fresse. Jungs, wo seid ihr? Auf den Dach. Ich musste runterspringen. Ich hab nur eine Dreifachschusswaffe. Das war richtig dumm von mir. Ich weiß ganz genau. Ja, Knockouts! Ja, stirb! Ja! Oh mein Gott, er hat eine Pistol. Er hat eine Pistol. Ist die Silence Pistol krass? Freddy, da läuft noch einer rum. Da läuft noch einer rum. Freddy, da läuft noch einer rum. Sticky, Sticky, komm mal zu mir. Ja, bei mir sind zwei Gegner. Ja, es ist so lächerlich, dieses Spiel. Es ist wirklich komplett lächerlich. Bei mir sind Spieler. Komm her, Freddy, komm her. Er ist da oben, er ist da oben. Da unten kommt auch noch einer raus. Pass auf, pass auf. Links. Bam! Ist der tot, Freddy? Nein, ich bin nicht gedowned worden. Freddy, komm her zu mir, komm her zu mir. Wo ist denn der gewesen? Das war eine Falle, das war eine Falle, das war eine Falle von oben. Alles gut. Aber du, da ist auch noch einer ausgenockt, wo ihr seid. Weiß nicht. Oh! Von gegenüber. Ja, ich habe auch einen gedockt und dann kam der andere Sniper-Schuss, Junge. Lächerlich, Alter. Freddy, mach dich bereit, auch wenn du gerade noch am Essen bist, Mann. Wie esst noch? Ach man, es ist echt ein Desaster, Alter. Ich sehe schon wieder die ganzen Zwölf wie ein Kind. Da, da, Victor, du spielst nur wegen den Klicks und außerdem bin ich, habe ich drei, vier Muskelschwächen und spiel trotzdem besser als du. Ich denke mir dann so, ja, das ist so, du hast recht, das stimmt, ich bin scheiße. Aber es macht mir trotzdem Spaß. So. Ist es schon wieder Weihnachten? Lass jetzt nochmal Tilted Towers gehen und diesmal rasieren wir. Das war schon mal ein ganz guter Anfang. Ja, aber ist schon wieder Weihnachten? Ich check nicht, wieso die so schnell sind. Ach, keine Ahnung. Also für mich ist das Spiel einfach kompletter Bullshit bis jetzt. Ich bin auf dem mittleren Tower, ne, ich bin da, ich bin da, ich habe ein Skar. Keine Ahnung. Freddy, bist du oben alleine? Ich bin oben alleine gewesen, ja. Ganz ehrlich, ich höre Free to Play und kann es nicht mehr ernst nehmen. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin in eurem Haus mit einer Tag rein, mehr habe ich nicht, ich wäre abgeschossen. Dieses Spiel ist komplett, das ist voll. Stegi, alles gut, alles gut, Bruder. Alles ist gut, solange du wild bist. Ja, was ist das denn? Ja, Stegi, also bis dazu bist du echt keine große Hilfe, ne? Ja, muss man sagen. Muss man einfach mal, also. Das Spiel ist komplett für den Arsch. Ne, 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 das kann man so gar nicht sagen. Was ich daran lustig finde, ist, egal von wem du getötet wirst, du wirst von jemanden getötet, der noch in die Grundschule geht. Hab einen genockt. Es ist genockt, es ist genockt, unten vor der Tür liegt der unten vor der Tür. Lass den mal, lass den mal kommen. Sein Maid ist gegenüber. Da kommt der Buddy, da kommt der Buddy von ihm. Oh, ich bin, ich bin fast tot. Freddy, komm. Ich bin genockt worden. Kommt die? Weil ich kann die runterhauen, soll ich machen? Mach mal. Wie gesagt, hinter uns jetzt hier, hinter mir an der Wand, Freddy. Hinter mir jetzt an der Wand auch. Ich habe hier jemanden niedergestreckt. Einer ist da und einer ist da. Hier kommt noch mehr, hier kommt noch mehr, hier kommt noch mehr. Der ist oben, 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 ist oben. Der steht da doch die ganze Zeit schon. Oh, bitte. Was wird denn da jetzt? Okay, der andere ist niedergestreckt gewesen unten. Der kommt hoch, der kommt hoch, der ist oben, der ist oben, der ist oben, der ist oben. Warte, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich zieh durch, ich zieh durch, ich lass dich nicht im Stich, Bruder. Ich lass dich nicht im Stich. Auf geht's. Freddy, du musst ihn, Freddy. Ich bin fast gelaufen nur mit dir. Freddy, Mann, du bist eine Enttäuschung, Alter. Nee, Freddy, nein, enttäuschend. enttäuschen freddie nein so stehe und jetzt überlebt mal bitte ein bisschen ja gehen wir wieder zählt jetzt ja klar nein kommen wir gehen was nobby chance freddie hat recht ist es da auch cool nein freddie hier bei dem haus gibt es einen geheimgang wusste das ja das mir gezeigt ja und klappt das immer noch für dich das klappt immer noch für mich wieso seid ihr auf dem buch ich schenke es nicht die zone wird auf jeden fall nicht bei uns sein aber sie ist sie ist eh nie hier von da ist egal oben eine hier ist noch eine schrotgang noch eine schrotgang ich hätte gerne schrotgang alter mit ihr meine kiste übersehen ich habe eine minigun ja ja okay jetzt sehe ich gar nichts mehr warum gibt es waffen selbe waffe gibt es einmal im blauen einmal den grünen wachst du nicht scheiße ist das bitte ja und warum soll die denn besser sein weil die seltener ist das ist dieselbe waffe du alter wir müssen jetzt schon loslaufen wegen der zonen blau ist besser zonen 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 jungs aber was besser blau freddie blau ist besser als grün wer hat blau und schlau gelöst stegi sagt doch mal wer blau und schlau gelöst ich bin echt piste komplettes lächerliche spiel stegi komm mal her stegi komm mal her stegi komm mal her stegi komm zu mir bin auf dem weg aber das spiel ist so geil deswegen mache ich jetzt einfach die wand kaputt weil dann bin ich halt schneller bei dir und dabei bauen sie halt so richtig ab ja okay wir können direkt auf ihr seid so reutig ihr beiden wisst ihr das was ist denn los über stegi warum gehst du ohne mich ja genug party disco macht genug party disco macht da hat aber recht okay freddie soll ich dir meinen loot erzählen also ich habe eine lila mini gun eine blaue sniper eine blaue ar und eine normale schrotflinte ich habe leider nichts mehr über eine runde freddie kleines ründchen ja auf geht's boah alter richtig gekickt und bam bam ja okay lass uns weiterlaufen autismus kickt ja das spielen wir gerade autismus kickt vor uns wird gebaut auf dem berg ich bin nicht ansatzweise da ne links auf der straße wollen auf der straße wirklich siehst du die hallo leute ich bin nicht bei euch ne hat er nicht doch hat er macht keinen sinn gegen die zu fighten wir müssen halt in die zone ne aua stegi schnell komm also ich bin halt drin ne es regnet leute stegi komm es regnet oh gott ich bin tot was was ist das für eine f***e scheiße wie bist du oh mein gott sag kein bock ey ja moin können wir vergessen können wir sowas von vergessen digga können wir sowas von vergessen ja ja safe ja absolutes scheiß game stegi mann warum rennen wir dir die ganze zeit hinterher alter warum ist meine facecam ausgegangen guck dir die hupen an 323 ich hoffe wirklich für dich dass deine äppel du hupen sohn das war's von dieser wunderschönen runde von fortnight leute Thomas das hast du jetzt besser nicht reingeschnitten ja nimm dir meine mini gun du hupen statt so einer blutpissenden Haar ja freu dich noch freu dich noch ja 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 genau facecam ist aus war eine geile zeit stegi wir spielen auf jeden fall nicht wieder mit dir zusammen auf wiedersehen tschüss ah ja eine